Hallo zusammen, kennt ihr, wisst ihr was die Sommerzeit mit einem Dometic Kühlschrank zu tun hat? Ist eigentlich ganz einfach. Wir können Dometic Kühlschränke reparieren, meistens ist ja ein Dampfer-Sekob-Kompressor drin, auch ein chinesischer Nachbau. Und wir können reparieren, aber nicht während der Sommerzeit. Während der Sommerzeit haben wir ja Arbeit und ihr wisst ja schon um Weihnachten, dass es wieder Sommer wird. Und wenn der Kühlschrank am August defekt ist, ruft man auch nicht am grünen Donnerstag an und man schreibt auch nicht am Sonntagnachmittag in Mail, ob wir dann Montagmorgen früh vorbeikommen können. Nein. Während der Sommerzeit können wir keine Dometic Kühlschränke reparieren. Ist doch ganz einfach. Andere können das. Ähm, vielleicht. Wir können es, aber wir wollen nicht Dometic Kühlschränke reparieren während der Sommerzeit. Ja, das war's zur Sommerzeit. Ist sowieso ein Schwachsinn. Aber während der Sommerzeit keine Reparatur von Dometic Kühlschränken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, note immer herausli 한번 in Form von Dometic Kühlschrank hier. Ich klaiere es ein langer Schrank. So, wenn Sie ja etwas richtig Summen, das Fahrrad oder?